gleich aber auch nur drei ich weiß nicht wir sind doch schon bestimmt im dritten oder so jetzt sind wir im dritten ja wo sind denn gibt es hier keine anderen waffen oh hier steht mein rang auf dem server gibt es ja keine anderen waffen als die beiden die hier also ich habe meine maschinengewehr immer noch und auf oder gut entschuldigung hier kann man rüber hier kann man auch lang hier geht es ja gar nicht durch hier kommen wir auf eine ganze baustelle aber ich will mir erst die anderen wege anschauen da bin ich schon gewesen wo du jetzt gleich hinläufst also da wo ich gerade herkomme kommst du nach so wunderbar auf der da müssen wir hin und folgt hier nochmal schauen ob es hier irgendwas gibt da geht es ja nicht oh es war gut du bist ja schon wieder vorallstot Ja. Ja, na, na. Na komm, nehmen wir mal so ein Ding mit. Wie eine zweite Pistole, willst du mal mitnehmen, aus Versehen? Wird sich eh die. Verzähl. Oh. Du warst schwer, würde ich sagen. Weil es mich wieder runterschubsen. Oh, ich hab nur es angeschlossen. Ich dachte, das wäre ein Zombie. Mir ist ganz viel. Oh, ich hab noch was zu tun. Ich muss weg. Ich finde es gut, dass du da ins Fegefeuer gezogen hast. Ja. Ja. Oh, nee, warum brennt denn das hier schon wieder? Ja, nur angesputzt. Kommt die nächste Welle. Hinter dir. Ah, shit. Oh, shit. Sieht hier nicht gut aus. Oh, wir müssen ja auch mal losen. Wir müssen ja auch mal losen. Neue Runde, neues Glück. Können wir zu, kann man es auch sehen. Oh. Oh, hier sind gar keine. Also, hier ist es gemütlich. Ich bleib gerne hier drin. Bist du schlecht. Ich wusste ja, dass du das vorhast, aber... Es wurde immer wieder nichts. Oh. Oh, das gibt es doch wohl nicht. Warum stehe ich denn jetzt hier weitläufig? Oh, das ist ja nicht. wie hast du denn eben diese horde eigentlich ausgelöst hast du dann einen schalter gedrückt oh tank das ist ein tank hier oben von oben oh die Möglichkeit habe ich schon wieder zurücklaufen um noch mal ein bisschen munitionen einzusacken also wie hast du eben diese horde geholt müssen wir das machen um irgendwas auszulösen oder wie ich glaube das haben wir schon gemacht weil das nur so wenig sind aber vielleicht sind jetzt auch anders positioniert weil ich gerade noch munition holen scheiße ja ich will ich nicht mehr lernt ja, Louis hat mich gerettet zerstören sie die Barrikade ja, die war doch dahinten, die ist nicht hier doch hier ja, da wo du stehst sie kommen aber nicht da, wo der Rest steht super geh mal, geh mal spazieren na, wir stehen hier nicht so schön na, was wir unseren Nachladen nennt, ich hab da keine Muni mehr volle Idee oah, nee anter und er zurück zu den Gebäuden Noch ein Halmteil. Das war nicht nötig, aber danke. Wir müssen jetzt hier durch. Jetzt noch was kommt, ohne Muni ist es spaßig. Ach, wie willst du meinen? Mach dir eigentlich immer mit der Muni! Ah, hier ist Munition. Munition! 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 Da stehst du da rum? Also normalerweise tun das nur die Zombies. Sollte gerade püllen nicht. Gute püllen. Oh, Hunter. Da haben wir noch einen anderen Player dabei. Big Boss. Der gute Luis ist weg. Das rettet uns keiner mehr. Ich denke wir sterben gleich. Was ist das hier verwinkelt? Da vorne gehts lang und hier gehts lang. Ich gucke mal ob hier noch irgendwo was ist. Oh, ein Medipack. Und ein Molly. Hey, jetzt ist es zu spät. Ich hätte eben noch Munition mitnehmen sollen. Oh, ne. Oh, ne. Hinter dir. Äh, hier so ein. Genau. Oh. Verbandskasten. Ah, war nicht so viele Verbandskästen drin. Ich dachte das wären sowieso nur Tabletten gewesen. Ah, Rohrbomben. Oh, klasse. Hier gibt's Mollys. Das ist ja verdächtig, dass es ja überall Rohrbomben und Wallys gibt. Oh ja. Hier ist noch ein Medipack. Hier ist noch ein Medipack. Hier gibt's Medizin. Da oben sagst du hier ist ein Medipack wenn du es dir selber nimmst. Ich hab nicht drauf geachtet, dann kannst du mir ab. Ah, ha. Das ist doch Standard. Ah, hier ist eine Mütch. Oh, ne. Oh, ne. Oh, das ist nochgeist. Oh, das ist noch Platz. Ich bin eigentlich 100 vagy so. Oh, Biener? Ich bin fast aufs. Oh, was jetzt? Ja, und nun? Oh, verdammt, die sind ja mitten im Flugzeug. Hier geht's lang. Schau mal. Ich bin faul. Ich bin faul. Das war's für heute. Super, jetzt bin ich hier wieder mit den Pistolen. Hier kommt bestimmt gleich der Safe-Room. Pff, oh. Ja, passt auf, da vorne. Nein, 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 nein. Wird ja gar nicht aggressiv, wenn man da relativ nah dran vorbeiläuft. Hätte ich gedacht, dass das ausreicht. Ist da unten irgendwas? Hier geht's auf jeden Fall in die Höhe. Nö, ich glaub nicht. Ah, Molly. Das zum Thema, glaub nicht. Ah, Molly. Uninteressant. Oh, Tabletten waren hier auch noch. Ja, eine. Oh, Duh, oh. Ja, nur. Oh, da, neшь. Oh, da. Oh, da, nech. Oh. Oh, na. Oh, na, oh. Oh, na. Da haben wir eine Rohrwürmer weggeschmissen. Der Boss bestimmt. Ja, natürlich. Oh Mann. Ach, da liegt schon einer. Ja, es liegen ja schon zwei. Lade nach. Leichter Formel sind wir sicher. Bei dir denn so schnell? Ich bin total langsam. Ich komme überhaupt nicht nach. Schlammelt euch im Schutzraum. Verdammt Leute, rein da! Na super. Jetzt bin ich gleich. Na super. Oh. Ja, da drin sind Kids. Verdammt Leute, rein da! Die Pillen hättest du jetzt nicht nehmen brauchen. Och, jedes Mal dasselbe. Ah, Archiv mit anlackt. Vielen Dank. Super!